Moin, Mann, da sehe ich ja wehe. Oh Gott, ich muss ja was erzählen. Ich hätte mit heilen Maud zusammen reden. Also so wie es mit heilen Maud. Und hätte mein ehes Berg geschrieben. Mein aller eheste Berg. Und das will ich ja auf gar keinen Fall für entholen. Ich stehe ja da nur für. Befür der im Druck geht. Ich muss ja da wissen. Also der ist toll. Ich hätte mir wie es Gedanken gemacht. Und hätte mir überlegt, was fehlt da noch. Und du warst mir das fort klar. Oh, uns aus Fräsenduben. Fangen wir auch fort mit der ehesten Lektion an. Also es ist wirklich ein toller Berg geworden. Ich bin doch echt stolz. Ich meine, moin. Und das nächste, was du gar keinen Fall fehlen dut. Yo. Oder ich hätte hier dann noch nö. Und auch, also her wichtig. Oh, und her können wir ja so in hellen Satzen. Also, Alup steht. Und damit er doch nicht so langwillig wird. Und jeder noch mehr nachschlauen will. Hebeke uns Otto Tollev. Der witte Outler. Ob witte Achtergrund malt. Und doch an hellfühlen Siedenvoll. Oh Gott, ich freu mich so. Ich wünsche euch einen Moiabend. Mua. 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 Untertitelung des ZDF, 2020